Hallo, hier sind wieder eure Bromance-Daddies, Nick und Leon. Und heute geht es um Dr. Google. Also Anfragen, die wir alle bei Google schon mal gestellt haben. Klar. Von Krankheiten, die unsere Kinder eventuell haben. Zumindest sagt Dr. Google das. Wachstumsschmerzen. Darüber haben wir heute geredet. Wir haben über Schorf auf dem Kopf geredet. Ganz häufig war es nicht so schlimm, aber es wird auch deep. Weil Nicks Sohn hatte zum Beispiel schon mal einen Erdnuss-Schock. Und es wird auch lustig. Mein peinlicher Besuch beim Osteopathen. Schön, dass du es sagst. Viel Spaß mit der Folge. Wie war deine Nacht? Ich komme durch die vergangene Nacht tatsächlich zu meiner ersten Google-Anfrage, was Beschwerden betrifft. Und zwar saß der Boy nachts um drei, also der kommt ja irgendwann rüber, wenn er wach wird, darf dann bei uns pennen. Ist aufgewacht und hat zum ersten Mal gesagt, mir tut das Bein weh. Mir tun beide Beine weh. Das Bein nachts? Ja, nachts. Und das hat er noch nie gesagt, deswegen waren wir erstmal überrascht, haben dann gefragt. Welche auch? Wo ist denn das? Wo? Zeig mal drauf. Und er hat so irgendwie auf Unterschenkel gezeigt. Dann haben wir ihm die Socken ausgezogen, weil er hatte so Socken an, wo wir gedacht haben, vielleicht hat der Bund irgendwie das Blut abgedrückt. Und tatsächlich ist mir heute Nacht, warum auch immer, der Begriff Wachstumsschmerzen in den Kopf gekommen. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich selber, da war ich allerdings schon Teenie, so am Bauchnabel Schmerzen hatte. Ich bin ja 1,93 groß, bin relativ viel gewachsen, vielleicht hängst du auch damit zusammen, dass ich das oft hatte. Und hab dann eben gegoogelt, was sind Wachstumsschmerzen, wann treten die auf und so weiter. Hab ich zumindest schon mal gehört. Also ist mir ein Begriff, dass es das gibt. So, und jetzt sag ich was, was für die ganze Folge gilt, dass was wir jetzt sagen, was wir gegoogelt haben, sind keine festen medizinisch verlässlichen Informationen, sondern erste Ideen, die man dann weiter recherchieren muss. Ist vollkommen klar. Jedenfalls hat Google ausgespuckt, dass Wachstumsschmerzen im Alter zwischen Kleinkindern und Pubertät auftreten. Das ist ja ein kleiner Zeitraum. Der Zeitraum ist ja eng gesteckt, sag ich mal. Und zwar meistens nachts, oft nach starker Bewegung und meistens sind die Wachstumsschmerzen auch am nächsten Tag wieder weg. Okay. Dazu treten diese Wachstumsschmerzen am häufigsten bei den langen Röhrenknochen auf und dazu gehört vor allem der Unterschenkel. Also der Bereich zwischen Knie und Knöchel. Und es war jetzt verflogen, insofern werde ich deshalb auch nicht zum Arzt gehen. Ja. Aber es war für mich so der Gedanke, okay, vielleicht war es das jetzt. Klingt aber, also klingt plausibel. Plausibel, oder? Welch hast du damit? Da hat doch Dr. Google geholfen. Dr. Nick. Mensch, vielen Dank. Dr. Nick. Ich habe zu den Wachstumsschmerzen noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du dir dein eigenes Wachstum hättest aussuchen können, wärst du gerne 2,10 Meter oder 1,60 Meter? Boah, schwierige Frage. Ich glaube, mit 1,60 Meter als Mann, da fällst du schon auf. Als Frau ist das völlig in Ordnung. Mit 1,60 Meter als Mann fällst du auf. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Nee, auf keinen Fall. Das ist so, dass du dir schon leider oft undankbare Sprüche anhören musst. Mit 2,10 Meter kommst du durch keine Tür durch. Richtig. Wenn du da nicht in den USA lebst und Basketball spielst, bist du auch schon groß und hast wenig davon. Ja. 2,10 Meter und keine kaputten Knochen. Also keine Probleme mit der Hüfte, so, weißt du? Ja. Was hast du als letztes gegoogelt für Krankheiten? Meine Jungs haben so diesen Schorf auf dem Kopf. Ja. Kennst du das? Auf jeden Fall, klar. Das haben, glaube ich, ganz viele Babys. Das haben vielleicht sogar, nicht alle, aber sehr, sehr viele Babys. Ja. Und das haben die auch schon lange. Und am Anfang war es so, ja, die haben da so ein bisschen Schuppen. Alles gut, wahrscheinlich vom Baden irgendwie, ne? Aber wenn das dann so länger da bleibt, dann macht man sich irgendwann Gedanken. Und das war das Letzte, was ich gegoogelt habe. Und ich habe rausgefunden, das heißt Kopfgneis. Kopfgneis ist aber völlig normal. Ich glaube, das ist allgemeingültig an dieser Stelle. Und wenn eure Kinder so Schuppen auf dem Kopf haben, easy, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es gibt allerdings ein paar Leute, das weiß ich, haben wir uns auch schon unterhalten mit so ein paar Muttis, die wir jetzt kennengelernt haben. Also vor allem meine Frau natürlich hier durch so Geburtsvorbereitungskurse und sowas. Viele Muttis ärgert das so sehr, dass die Kinder dieses Kopfgneis auf dem Kopf haben, dass die versuchen, das abzurubbeln. Soll man nicht machen. Ja. Soll man nicht machen. Also auf keinen Fall irgendwie mit Öl drangehen und sowas. Ist einfach nicht schlimm. Kann aber wohl dazu führen, dass die Haare später wachsen. Ist vollkommen egal, wann die Haare wachsen. Soll ich mal die Osteopathengeschichte erzählen? Ich bitte darum. Weil das ist ja noch im Zusammenhang mit den Anfangsschwierigkeiten mit der Bambina. Und ich habe meine Mail nochmal mitgebracht, die ich dem Osteopathen geschickt habe damals. Okay. Auch lustig, dass du ihm eine Mail schreibst. Ruf man da nicht normalerweise an? Ja, ich war schon mal bei ihm Kunde vorher und wusste, dass er auf Mails besser reagiert als auf Anrufe. Weil das ist so eine One-Man-Show, diese Praxis. Und er behandelt den ganzen Tag. Da geht er meistens nicht ans Telefon. Also habe ich geschrieben. Hallo Herr. Ich würde gerne einen Termin bei Ihnen für meine Tochter in Klammern vier Wochen alt vereinbaren. Sie ist äußerst unruhig. unzufrieden und findet schlecht in den Tiefschlaf. Unsere Hebamme hat die Empfehlung gegeben, dies bei einem Osteopathen abklären zu lassen, da sie mir mit meiner Schulter schon so gut helfen konnten. Ist ja das Gleiche. Wäre es schön, wenn wir bei Ihnen, in Klammern einigermaßen zeitnah, Ausrufezeichen, einen Termin bekommen könnten. Ich verstehe. Das hast du nur geschrieben, damit du einen Termin bekommst. Damit er sich erinnert. Das war so dieses Schleiming. Ganz genau so. Der ist nicht neu. So, ich habe schon mal bezahlt. Ja, der mit der Schulter. Okay, so. Ich habe relativ zeitnah einen Termin bekommen. Sehr gut. Auch nicht normal beim Osteopathen, glaube ich. Absolut. Und bin dann mit der Bambina dorthin und war schon vorher schweißgebadet, weil sie war zu dem Zeitpunkt, ließ sich nicht beruhigen, bei mir auf dem Arm schon gar nicht. Im Prinzip war sie, ohne zu übertreiben, 14 Stunden am Tag auf dem Arm oder an der Brust bei meiner Frau. Es war wirklich heftig. Ich fahre also mit meiner Frau dorthin. Und was passiert? Sie schläft ausnahmsweise ein in der Babyschale, im Autositz. Okay. Ich nehme sie raus, laufe zum Osteopathen rein. Sie schläft weiter. Wir machen das Anamnese-Gespräch. Ich stelle sie auf den Boden in diesem Sitz und das ist der Moment, wo sie normalerweise vor Schreck immer zusammengezuckt wäre und lauthals schreit. Schläft weiter. Wir machen dieses Anamnese-Gespräch. Ja, dann holen sie die Kleine mal raus. Ich nehme sie raus und sie kuschelt sich so an meine Schulter. Und du hast erwartet, so okay, spätestens jetzt. Richtig. Und ich meine, meistens willst du als Elternteil, dass deine Kinder einen guten Eindruck machen. Mit dem Fall nicht. Aber es gibt Momente, wo du möchtest, dass sie auch einfach sich mal von ihrer schlechten Seite zeigen. Du willst ja nicht einfach dastehen wie ein Depp. Genauso ist es. Was ist mit dem? Mit Freunden, denen du vorher per WhatsApp das Ohr voll heulst. Es ist so anstrengend. Keine ruhige Minute. Dann kommen die zu Besuch. Das war bei uns immer so. Ja, ist so. Das war bei uns immer so. Du hast immer erzählt, wie schlimm das alles ist und wie anstrengend. Und dann sind wir da und sie schläft. Sie schläft. Das ist wirklich ein Phänomen. Das kennt ihr locker auch mit Eltern, dieser Vorführeffekt. So, dann legen wir diese Kleine auf diese Behandlungsliege. Er fängt an, sie so ein bisschen abzutasten. Natürlich ist es kein festes Drücken. Sondern er geht so an den Nacken, an die Schulter, Brust runter, bisschen am Kopf. Und sie macht einfach den Eindruck, als wäre sie bei der Wellness. Babymassage. Babymassage. Das heißt, sie regelt sich so auf dem Rücken, dreht sich von links nach rechts. Und wenn sie sprechen könnte, hätte sie gesagt, ja, oh ja, das wollte ich schon lange machen. Als Katze hätte sie geschnurrt. Und es ging original die ganze Zeit so. Sie hat 40 Minuten lang nicht einmal geschrien. Sie war super entspannt. Und ich habe immer versucht zu erklären, aber es ist voll schlimm. Das ist wirklich eine Ausnahme. Und es war auch für den Osteopathen unangenehm. Weil er natürlich nichts gefunden hat. Hat dann versucht, sich so ein bisschen zu retten mit so generellen Infos. Ja, manchmal ist so die rechte Seite verklebt. Oder die drehen sich oft nach rechts, weil dort irgendein Organ ist. Ich weiß gerade nicht mehr welches. Leber oder so. Ja, ich mache ja diese Baby-Osteopathie mehr so on top. Oh, er hat sich doch entschuldigt. Ja, hör auf. Oh, wirklich unangenehm. Er hat sich wirklich entschuldigt dafür, dass er jetzt von mir Geld kassiert. Und im Prinzip nichts machen konnte. Und dann ein zufriedenes Baby hatte. Er hat sogar gesagt, also so ein zufriedenes Kind hatte ich doch selten hier liegen. Und ich habe dann versucht, so mit Geschichten über meine Schulter abzulenken. Und erinnert sich an die Schulter. Die Schulter aus der Mail. So private Storys erzählt. Wir haben über irgendwelche Walnussbäume geredet. Und ich wollte einfach nur schnell raus. Letztendlich, die Frage ist, wie war die Heimfahrt? Ja, es ging natürlich los. Was denkst du denn? Nicht in Ernst. Ja, natürlich. Der Abend, die Nacht. Ich weiß es noch ganz genau. Es war die Hölle. Und du hast so Videos gemacht und wieder geschickt per Mail. Hallo, ich bin es, der Typ mit der Schulter. Genau so war es. Vor unangenehm Essfuck. 45 Euro dahin gelatzt. Und ich meine, es war komplett for the ass. Wirklich. Ich habe noch was. Erzähl mal was. War was komisches. Wieder so eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich es erzählen kann. Aber du hast auch einen Jungen. Und Dr. Google sagt, dass das ganz viele Jungs haben. Direkt nach der Geburt. Und das war eine Sache, die ich halt gedokter Jahrhut habe. Gedokter Binkt. Gedokter was? Hast du Dr. Alba noch? Erzähl. Was hast du gegoogelt? Also, ich springe nochmal ganz kurz zurück in diese Situation, in der die Kinder sauber gemacht wurden. Im Kreißsaal. Kreißsaal. Also nach Geburt direkt sauber gemacht. Folge 1, die Geburt. Leon erzählt und richtet. Was ich da nicht erzählt habe ist, dass, wie sage ich das jetzt? Also die wurden sauber gemacht und die sind ja nackt und die hatten riesige Hoden. Okay. Ist es ein Okay krass kenne ich oder ist es ein Okay kenne ich nicht? Ist ein Okay, krass, wir reden über alles im Podcast. Naja, aber es war schon, also wir reden jetzt nicht von, ach guck mal, das ist ja groß, sondern es war einfach enorm. Ich, das ist auch so ein Okay, ich weiß gerade gar nicht, wie ich da jetzt weiter reagieren soll, was die nächste Frage ist. Ne, du hast ja auch einen Sohn. Erinnerst du dich da auch dran? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Okay. Du hast mich, ich weiß, dass du mich das zu Beginn gefragt hast und ich hab doch auch damals gesagt, echt, ist das so? Weiß ich nicht mehr. Ja, hab ich ja, ich bin auf dem Gebiet nicht gut, political korrekt und nicht in schmutzigem Jugendhumor irgendwas zu erzählen. Deswegen red doch einfach weiter. Was hast du gegoogelt? Wie bist du damit umgegangen? Ich hab's gegoogelt und es ist normal. Gut. Damit weiter zum nächsten Thema. Wir sollten, wir sollten scheinbar nicht weiterreden, wenn du so unter den Christen ganz roten Kopf. Ja, also, das ist gut. Erzähl mir von einer Geschichte, von der ich mitbekommen habe. Und zwar war das die, die, die schlimmste Krankheit, die dein Sohn hatte. Das Erdnuss-Gate. Boah. Das war nicht so lustig. Und zwar haben wir rausgefunden, durch einen ungünstigen Zufall, wie das eben immer so ist, dass unser Sohn eine Erdnussallergie hat. Durch einen ungünstigen Zufall. Er hat halt einen Erdnussriegel gegessen. Er hat keinen reinen Erdnussriegel gegessen, sondern einen Müsli-Riegel. Ach, das war gar nicht reinen Erdnuss. Richtig. Es war kein reiner Erdnussriegel, sondern ein Müsli-Riegel mit Erdnussanteil. Das Ganze zu Hause. Ich hab gerade Mittagsschlaf gemacht, weil ich Frühschicht hatte, war also komplett im Delirium. Und plötzlich weckt mich meine Frau und sagt, hier mit dem Kleinen ist irgendwas. Und wenn du kacken müde bist nach Frühschicht, denkst du erstmal so, yo, komm, wird nicht so schlimm sein. So wie es eben 98% der Fälle ist. Aber es war schlimm. Es hat sich dramatisch verschlechtert. Er hat schlecht Luft bekommen. Die Augen konnten nicht mehr so richtig uns fixieren. Er hat so ein bisschen gespuckt. Und dann haben wir sehr, sehr schnell die 1 an 2 gerufen. Rettungsdienst, die auch mit einem Team von, glaube ich, 4 Leuten innerhalb von 8 Minuten bei uns in der Wohnung standen. Richtig schnell waren sofort da, haben geholfen. Aber habt ihr das direkt auf diesen Riegel beziehen können? Ja. Wir sind in dem Moment davon ausgegangen, dass es damit zu tun hat, weil es war nichts anderes. Er ist nirgendwo dagegen gelaufen. Er ist nirgendwo runtergefallen. Er hat nicht geschrien. Sondern das Einzige, was war in der letzten halben Stunde, war, er hat einen Riegel gegessen. Und deswegen sind wir schnell davon ausgegangen. Also was heißt schnell? Innerhalb von 10 Minuten vielleicht? Habt ihr da eine Viertelstunde? Gegoogelt? Nein, in dem Fall haben wir nicht gegoogelt. Wir haben miteinander gesprochen und überlegt. Und nachdem er dann so schnell abgebaut hat, haben wir eben gleich den Rettungsdienst angerufen. Übrigens hat uns der Sanitäter gesagt, wenn bei Kindern was mit der Atmung ist, never google. Niemals warten, niemals die Mutter anrufen oder die Tante, die Ärztin ist, sondern einfach, wenn es um die Atmung geht, immer sofort Notruf absetzen. Weil dann muss es einfach schnell gehen. Tatsächlich ist er dann mit dem Krankenwagen meiner Frau in die Klinik. Ich bin hinterher gefahren und dann wird halt zack, zack behandelt dort. Also eine Adrenalinspritze. Krass. Dann so ein Saft, der getrunken wurde. Ich glaube, das war so ein Anti-Allergikum. Also ein Saft, der sozusagen noch geschluckt wurde. Erdnüsse plus zwei Nächte auf der Klinik und später dann einen Test über einen Kinderarzt. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, er ist eben hochgradig allergisch auf Erdnüsse. Ach krass. Gibt es da Abstufungen? Das kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen. Also wir haben ja gesehen, vielleicht gibt es auch nur eine Stufe von allergisch. Aber was Fakt ist, dass eine Allergie auf Erdnüsse sehr viel härter verlaufen kann als eine Allergie auf andere Lebensmittel. Ja, also Erdnüsse, das kann eben sehr, sehr schnell die Atmung zumachen, die Atemwege blockieren. Und deswegen ist es gefährlicher möglicherweise als andere Allergien. Es sind nur Erdnüsse, nichts anderes. Aber das war ein Riesenschock für uns. Oh mein Gott, wenn du da als Elternteil stehst. Er konnte noch nicht richtig antworten, war da um die zwei Jahre alt, konnte sich nicht richtig ausdrücken, konnte nicht sagen, woran es liegt, wo es genau wehtut. Und du versuchst irgendwie ja immer Ruhe auszustrahlen, zu signalisieren. Aber in dem Fall sind wir wirklich kackennervös geworden und waren froh, dass uns so schnell geholfen wurde. Also das ist wirklich so der schwierige Elternpart. Und mittlerweile müssen wir halt hart darauf achten, bei Kindergeburtstagen oder wo auch immer, dass er natürlich keine Erdnüsse isst und sollten auch immer so ein Notfallset dabei haben. Also im Rucksack, in der Kita, im Urlaub hat er so ein Set dabei mit Adrenalinspritze, mit Zäpfchen und mit noch was Dritten. Ich glaube, ein Saft tatsächlich wieder. Aber versteht er das? Ja, er versteht, er darf keine Erdnüsse. Und wenn es irgendwie beim Abendessen oder sowas auch mit anderen im Restaurant, was weiß ich, um Erdnüsse geht, dann kommen bei ihm direkt die Glocken und er sagt, er darf keine Erdnüsse. Ich weiß nicht, ob er sie jetzt erkennen würde und wenn die in einem Kuchen drin sind, kann es natürlich trotzdem passieren. Man muss halt vorsichtig sein. Sehr schweres Thema. Schickt uns gerne weiter Nachrichten, was ihr zu dem Thema von heute denkt. Dr. Google, was ihr da schon für Erfahrungen gemacht habt. Und mich interessiert auch weiterhin, in welcher Situation ihr seid babymäßig und diesen Podcast hört. Leute, ciao.